Hallo und herzlich willkommen an die Vidder. Mein Name ist Julia Aurelia und in diesem Video schauen wir uns an, wie die Energien zwischen dir und der Person sind, die du in deinem Herzen trägst. Und das Ganze machen wir zunächst mit dem Lennormand. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme für dich und die Person, an die du denkst, beziehungsweise die du in deinem Herzen trägst und schauen uns mal an, was ist passiert und was wird jetzt in dem nächsten Monat passieren, wie wird sich die Situation entwickeln. Gleichzeitig wollen wir dann aber auch noch einmal reingehen und schauen, was ist denn die Energie der Person, mit der du das zu tun hast, sprich, wo steht denn deine Person gerade. Und ob du mit dieser Person jetzt in einer Beziehung bist, das spielt keine Rolle. Das ist jetzt eine Legung für die Person, an die du gerade denkst oder die du eben im Herzen trägst. Und wir schauen uns dann auch noch mal an, was die Person über dich denkt und für dich fühlt. Hupala, und da kommen einfach genau die ganzen Karten schon mal raus. Dann sollte ich nicht zwei Dinge gleichzeitig machen. Genau, wir schauen uns dann noch mal im Nachhinein an, was die Person über dich denkt, fühlt, was die wahren Absichten sind. Aber lass uns erstmal mit der Bestandsaufnahme starten. So, da ist die Kommunikation rausgeflogen. Schauen wir mal, wie die Kommunikation gleich zwischen euch platziert ist. Ob jetzt entweder wieder eine Kommunikation stattfindet oder ob die Kommunikation rausfliegt und dementsprechend vielleicht beendet wird. So, lass uns mal schauen. Wir legen als erstes die Karten aus. Ich ziehe das große Blatt. Wie immer ist diese Legung für all diejenigen, die den Widder im Sonnenzeichen, Mond, Ascendenten oder der Venus haben. Die, halleluja, guck mal, was wir da haben schon. Da haben wir den Brief, die Kommunikation, die rausgefallen ist. So, da bin ich ja gleich mal gespannt, wo ihr steht. Hier ist deine Karte und du, die Dame, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist. Einfach dieses Bild ausradieren und dein Bild reinpacken. Oh, da sehen wir ein paar Belastungen an deiner Seite. Okay, so. Und es gibt noch eine Karte im Deck, falls du neu beim Lennement bist. Und zwar ist das der Mann. Und der Mann ist der Platzhalter für die Person, an die du denkst, beziehungsweise die du in deinem Herzen trägst. Und das ist natürlich, das sind die wichtigsten beiden Karten. Sprich, deine Karte hier oben. Ah, ja, okay, ich sehe, da ist Verwirrung. Okay. Und die Karte der anderen Person. Was ich auch einmal machen möchte an dieser Stelle, ist den Mädels zu danken aus dem wöchentlichen Chat. Jeden Sonntagabend, jeden Mittwochabend, wenn die Wochenbotschaft und das Mittwochsupdate live geht, das ist um 20 Uhr deutscher Zeit, da ist zur Premiere des Videos immer ein Live-Chat mit dabei. Und da versammeln wir uns jeden Abend, jeden Abend, Sonntag und Mittwoch, um ein bisschen zu schnackern. Und die Mädels aus dem Chat sagten, Julia, kannst du nicht eine Legung machen zum Thema die Person, an die du denkst, beziehungsweise in deinem Herzen trägst? Und tada, Wünsche werden wahr. Hier werden Wünsche wahr. Und dementsprechend dachte ich mir, jo, das mache ich doch mal. Also, danke an die Mädels aus dem Chat. So, hier haben wir auch schon den Herrin. Das ist jetzt sehr, sehr spannend. Also, der Herr, ich werde zwar sehr wahrscheinlich während der Legung immer wieder reinfallen in der Herr. Lass es links liegen. Das liegt daran, weil hier der Herr auf der Karte ist. Das könnte für dich auch eine Frau sein, ne? Also, Person ausradieren und die Person reintun, an die du denkst. So, okay. Ich sehe hier schon mehrere Dinge. Leute, so de le. Okay, lass uns einfach mal schauen. Gut. Also, was wir einmal hier sehen, da haben wir dich zur einen Seite blicken, daher zur anderen. Ihr seid euch entweder gerade nicht ganz einig mit etwas oder vielleicht seid ihr auch ein bisschen auseinandergelebt. Und wir sehen die Person hier tatsächlich im Hause des Turmes. Es könnte also sein, dass die Person sich abgrenzt, isoliert, zurückgezogen hat. Es könnte ebenfalls sein, dass die Person, das ist ja die Frage hier, ne? Die Person, über die du nachdenkst, die du in deinem Herzen trägst. Und wie gesagt, es kann sein, dass die Person sich zurückgezogen hat, sich getrennt hat, gerade vielleicht sehr viel Zeit mit sich alleine verbringt oder sich einfach ein bisschen abgrenzt. So, das ist das Erste, was ich sehe und auch gefühlt, dass ihr in unterschiedliche Richtungen gerade schaut. Vielleicht habt ihr so ein bisschen unterschiedliche Richtungen vom Leben oder von einer speziellen Situation oder auch hier, es könnte sein, dass da einfach ein bisschen Distanz ist. Ihr seid nicht wirklich in eurem ganz dichten Umfeld, das heißt, die zwei Kartenreihen, die hier drumherum sind, ihr seid da wirklich gerade raus. Also, wie gesagt, ich kriege das Thema Distanz rein. Wir sehen auch, dass die Person hier auf eine Entscheidung schaut. Also, auf gewisse Art und Weise steht hier eine Entscheidung an oder ist eine Entscheidung gegebenenfalls schon gefallen. Wir sehen ebenfalls den Park. Im Hause des Parkes sehen wir den Sarg. Zum einen kann das bedeuten, dass diese Person gerade generell vor Entscheidungen steht und sich den Entscheidungen in ihrem oder in seinem Leben stellt. Gleichzeitig mit dem Sarg haben wir ein paar zusätzliche Botschaften. Zum einen als Charaktereigenschaft könnte das aktuell bedeuten, dass die Person, mit der du es hier zu tun hast, aktuell ein bisschen niedergeschlagen ist. Trauer, Bedauern, fünfter Kelche Energie bekomme ich hier. Schauen wir mal, ob wir gleich mit dem Tarot die auch noch bekommen. Aber wir haben hier so eine gewisse Schwere im Energiefeld. Gleichzeitig kann ich sehen, dass die Person, der 22.8. könnte eine Rolle spielen hier, kriege ich schon wieder ein Datum rein. 22.8. könnte für den einen oder anderen von euch eine Rolle spielen in der nahen Zukunft oder vielleicht auch schon in der Vergangenheit. Es könnte auch eine Entscheidung getroffen werden, hier etwas zu beenden. Das ist ebenfalls hier Entscheidung, daher Stillstand und Ende. Was wir ebenfalls sehen, ist hier tatsächlich der Turm auch an der Person dran. Vielleicht überlegt die Person, sich hier zurückzuziehen. Für den einen oder anderen liegt das bereits in der Vergangenheit. Für den einen oder anderen von euch ist das bereits passiert. Es liegt quasi hinter dir. Diese Person hat sich also zurückgezogen. Es könnte sein, dass das recht überraschend kam. Gefühlt auch hier, im Hause des Herren haben wir die Unklarheiten und du bist hier in den Unklarheiten. Das sagt mir, dass du, was diese Situation angeht, tatsächlich noch im Unklaren bist. Irgendwas hat sich für dich hier mit dieser Situation und dieser Person noch nicht geklärt. Wie gesagt, vielleicht kam diese Abgrenzung, dieser Rückzug oder auch dieses Alleinesein recht überraschend, recht plötzlich. Ich habe aber auch das Gefühl, und das ist recht spannend, weil die Karten, die euch quasi verbinden, ist einmal der Fuchs und ist einmal, insofern könnte man sagen, einmal der Fuchs, da, und dann einmal hier, die Vögel. Grundsätzlich haben wir hier ein bisschen Stress, eine stressige Energie aufgrund, tatsächlich sehe ich hier, von gewissen Blockaden und Herausforderungen. Gleichzeitig ist natürlich der ganze Mittelbatzen hier zwischen euch. Die mittleren vier Karten sind immer zentrales Thema, da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Und das steht quasi alles hier zwischen euch. Wenn wir uns aber erst mal anschauen, was euch so verbindet, dann haben wir einmal diesen Stressfaktor aufgrund von Herausforderungen und Blockaden. Wir haben ebenfalls den Fuchs. Der Fuchs kann für eine Vorsicht stehen, also vielleicht bist du oder die andere Person, vielleicht seid ihr beide sehr skeptisch, sehr vorsichtig, aber es kann auch für eine Strategie stehen. Vielleicht gibt es hier auf irgendeine Art und Weise eine Strategie, wie man jetzt weiter verfährt, wie man jetzt weitermacht. Die Kommunikation sehe ich hier als ehrlich an, also wenn hier eine Kommunikation stattfindet, sehe ich die als ehrlich. Auch hier die Vögel, können für zusätzliche Kommunikation tatsächlich stehen, tatsächlich schnelle Kommunikation. Vielleicht für den einen oder anderen werden erst mal Textnachrichten gesendet. Sowas könnte hier zum Beispiel sein, dass man eben so auch kommuniziert. Und insofern, was ganz spannend ist, ist, dass wir hier den Fuchs haben und der Fuchs grenzt an an den Brief und dann eben unter den Herren haben wir die Blumen im Hause des Briefes. Für all diejenigen, die das Lennarmor gar nicht kennen, lass diese Deutungen einfach links liegen. Wenn ich erzähle, das Haus hier und gerösselt und all das, das wird dich verwirren. Das ist so, als wenn du einem Astrologen zuhörst, der dir erst mal erzählt, wie die Sterne stehen, bevor er dir dann die Deutung sagt. Ich mache das, weil ich weiß, dass einige von euch interessiert sind, das Lennarmor quasi zu sehen, wie ich das deute. Dementsprechend mache ich das für diejenigen, die anderen lassen das links liegen und begutachten nur die Botschaften, die durchkommen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es hier, ich habe das Gefühl, es könnte sein, dass es hier ein neues Angebot gibt. Unter dem Herren ist das Thema Angebot. Vielleicht auch eine Versöhnung und es kann sein, dass diese Person hier auf dich zukommt. Auch ich kriege das Thema, wir haben im Hause der Blumen die ruten, den Streit, die Streitigkeiten. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das Thema Versöhnung sein kann oder zumindest eine nette Nachricht sein kann, die hier, sage ich mal, reinkommt. Nachdem das jetzt, sage ich mal, im Stillstand ist und wir diesen Rückzug oder diese Abgrenzung haben. Wenn wir uns das Ganze mal weiter anschauen, ich möchte mal einmal gucken, wo bist du denn hier gerade in dem ganzen Mix? Grundsätzlich, ja, du bist im Hause der Verwirrung. Also das heißt, Dinge sind für dich nicht klar und das bezieht sich unmittelbar auf die andere Person. Was wir aber auch sehen, ist hier diese Belastungen, auf die du schaust. Irgendwas, was quasi jetzt hier vor dir ist, das belastet dich sehr. Ob mental, emotional, es könnte sein, dass wir hier eine karmische Situation haben. Wenn wir uns das ein bisschen weiter anschauen, ist es tatsächlich ganz spannend. Und zwar, im Hause des Kreuzes haben wir den Baum und hier im Hause des Baumes ist ein Ring. Wenn ich mir einfach nur diese Karten anschaue, habe ich das Gefühl, dass es hier auf gewisse Art und Weise Belastungen gibt, die was mit der Langfristigkeit, der Stabilität oder der Beständigkeit zu tun haben. Der Ring neben mir würde sagen, es kann natürlich sein, dass die Beziehung hinter dir liegt. Ich habe aber das Gefühl, vielleicht bist du auch in einer Beziehung und dass es hier um eine andere Person geht oder dass hier grundsätzlich einfach gewisse Blockaden in dieser Beziehung sind oder in dieser Verbindung sind, die aber gefühlt schon länger in deinem Leben ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Person ist, die du gerade erst kennengelernt hast und wo du dich fragst, oh, was macht denn hier Hannelore oder was macht denn der Peter gerade, den ich gerade gestern kennengelernt habe. Ich habe das Gefühl, für die meisten Wider geht es hier um eine langfristige, beständige, entweder Beziehung, wo das Thema Abgrenzung, Isolation, Rückzug eine Rolle spielt oder eine Verbindung, die schon lange in deinem Leben ist, die auf eine Art und Weise, man könnte sagen, etabliert ist. Du sagst, ja, die Person kenne ich schon ewig und drei Tage. Und wo wir aber eben dann gegebenenfalls das Thema Rückzug auch haben oder vielleicht auch das Thema Trennung, was hier auf eine gewisse Art und Weise eine Rolle spielt. Was ich ganz spannend finde, auch wiederum, ist, dass die Person hier natürlich auf eine Entscheidung schaut. Das erste Wort, was mir gerade gegeben wurde, ist Verantwortungsbewusstsein. Hier wird gefühlt eine Entscheidung getroffen aufgrund von einem Verantwortungsbewusstsein und gegebenenfalls aufgrund einer Loyalität. Nun, was ganz spannend ist, ist, dass wir hier die Schlange haben. Für all diejenigen, die sagen, ja, das ist eine Person in meinem Herzen, die Person ist tatsächlich hier mit einer anderen Person zugange, könnte eben die Schlange die Rivalin darstellen. Und vielleicht gibt es da eine gewisse Loyalität zu der Rivalin, Rivalin oder Rivale, sage ich mal, oder der anderen Frau, die wir hier quasi haben. Auf der anderen Art und Weise können aber auch hier die Schlange für Komplikationen und Umwege stehen. Das bedeutet also, dass nicht zwingend es eine andere Person sein muss, die hier drin beteiligt ist. Es kann einfach schlichtweg sein, dass es hier gewisse Komplikationen und Umwege gibt, die aber hier zu extremen Herausforderungen und Belastungen führen. Dementsprechend könnte sein, dass eine Entscheidung vielleicht sich lange hingezogen hat. Im Hause der Entscheidung die Schlange, das heißt, wie wird diese Entscheidung getroffen, ja, langfristig beziehungsweise zieht sich hin, verzögert, eine Entscheidung, die vielleicht verspätet oder verzögert getroffen wurde oder wird. Lass uns mal ein bisschen weiter schauen, was wir hier in der Mitte sehen. Gehen wir mal auf so ein paar Kernthematiken ein. Da haben wir wirklich den doppelten und dreifachen Stillstand auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir dann den Flow und wir haben auch die Sonne. Ein paar gute Aspekte sehen wir hier, weil die Sonne dir grundsätzlich immer alles wegballert, wie ich immer so schön sage. Also da ist ein Potenzial, dass Belastungen, Herausforderungen jetzt kleiner werden und wieder was in den Fluss kommt. Was ich aber als große Herausforderung hier sehe, ist entweder in der Tiefe der Gefühle etwas oder kann auch was mit den Finanzen zu tun haben. Und auch da, wenn es jetzt was mit den Finanzen zu tun hat, könnte es hier Herausforderungen geben, Belastungen geben aufgrund eines Stillstands oder vielleicht, weil etwas beendet wurde und das könnte hier, sage ich mal, zu finanziellen Herausforderungen führen. Gleichzeitig, wenn wir einmal den Aspekt anschauen mit den Gefühlen, könnten es hier emotionale Blockaden sein oder auch das Thema Trauer und Bedauern. vielleicht, weil hier gewisse Herausforderungen und Blockaden sind, dass man irgendwas bedauert, betrauert, aber wir haben die Sonne mit im Mix. Zum einen bekomme ich dafür die Energie, dass jetzt Blockaden und Herausforderungen oder Dinge, die diese Situation blockiert haben, ans Licht kommen. Vielleicht werden sie dadurch nicht zwingend kleiner, das ist aber der erste Weg, Dinge ins Bewusstsein zu holen, egal ob finanzieller oder emotionaler Natur, um Dinge zu verändern. Und ich habe das Gefühl, dass es hier in dieser Situation jetzt auch darum gehen wird, Dinge ans Licht zu holen, um eben zu schauen, okay, das sind die Fakten der Realität, wie geht es jetzt weiter? Und das wiederum, da habe ich das Gefühl, dass Dinge in den Fluss kommen, dadurch, dass Dinge dir klar werden, insbesondere du bist gerade extrem in der Energie der Unklarheit bezogen auf diese Situation und es werden mehr und mehr die Dinge jetzt ans Licht kommen. Ich möchte noch einmal schauen, was ist hier unter dir? In den Fluss kommt tatsächlich ein Neuanfang, der sehr schicksalhaft ist. Weil wir sowohl das Kreuz als auch die Sterne hier haben, haben wir tatsächlich die Energie von Schicksal hoch 10. Das Kreuz ist sehr schicksalhaft, das Kreuz kann Karma sein, das sagte ich ja gerade schon, und dann die Sterne ist ebenfalls nochmal deine Bestimmung. Hier ist also etwas sehr, sehr Schicksalhaftes in dieser Situation und ich habe auch das Gefühl, dass es hier einen Neuanfang gibt. Nehmen wir mal ein paar Informationen jetzt zusammen. Wir haben jetzt ein paar Bausteine hier. Ich habe das Gefühl, es wird eine ehrliche Kommunikation darüber geben, wie es weitergeht. Dadurch kommt ein Neuanfang in den Fluss, der vorherbestimmt ist. Vielleicht braucht ihr für diesen Neuanfang eine gewisse Strategie. Ich nehme euch beide tatsächlich als sehr vorsichtig wahr. Ihr beide tragt gewisse Belastungen mit euch rum. Einmal du mit dem Kreuz und der Herr hier mit dem Sarg. Es findet eine Kommunikation statt. Diese Kommunikation kann überraschend sein, kann ein Versöhnungsangebot sein, kann einfach eine sehr nette Kommunikation sein. Gefühlt ist das etwas natürlich hier klar in deinem Privatleben bei dir zu Hause oder etwas, was dir auf gewisse Art und Weise Stabilität gibt. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, diese Verbindung, diese Person ist schon länger in deinem Leben. Es gibt jetzt aber Probleme damit oder Belastungen damit, wie es in der Zukunft weitergeht. Ich sehe hier auch wirklich emotionale Belastungen, gegebenenfalls psychische Belastungen, die eine Rolle spielen. Lass mich einmal weiterschauen. Für dich persönlich geht es jetzt darum, wie geht die Reise weiter? Da sind wir noch nicht darauf eingegangen. Tatsächlich, für dich persönlich haben wir die Energie von, ich habe das Gefühl, du möchtest weiterziehen, du möchtest vorankommen, du möchtest die Verwirrung hinter dir lassen. Das macht dich aber ein bisschen nervös. Wir haben eine Nervosität hier gefühlt und ein bisschen Stress darüber, wie es jetzt weitergeht, führt direkt wieder zu dem Fuchs, sprich zu einer Strategie oder einem vorsichtigen Neuanfang. Aufgrund dessen, dass wir diesen Rückzug haben, dass wir diese Blockaden haben, gleichzeitig aber auch die Sonne, die hier etwas ans Licht bringt und etwas klärt, habe ich das Gefühl, dass wir hier einen Neuanfang haben, der in den Fluss kommt, wo ihr aber vielleicht beide sehr vorsichtig seid oder vielleicht bist du sehr vorsichtig, was diesen Neuanfang angeht. Du bist hier auch gespiegelt auf die Nettigkeiten der anderen Personen, Nettigkeiten, Anerkennung, Wertschätzung, Freundlichkeiten. Gefühlt bringt dir das aber einen Konflikt. Und der Konflikt ist der, dass hier noch was nicht im Unklaren ist, aber ich habe das Gefühl, da gibt es noch ein paar Dinge, wo du sagst, ich bin mir noch nicht sicher. Das ist nicht das Wort, aber es ist gefühlt wie, ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe auch das Gefühl, dass du deswegen ein bisschen vielleicht abgegrenzt bist auf gewisse Art und Weise oder vorsichtig bist aufgrund dessen, dass wir hier für dich einen Konflikt haben. Okay, Moment, anders gesagt, der Konflikt ist, weil es hier gewisse Informationen, Wissen, Fakten gibt zu dieser Person. Hier ist quasi an die Öffentlichkeit ein Wissen gekommen, dir hat sich etwas eröffnet, ein Wissen eröffnet, bezogen auf diese andere Person, was dann gleichzeitig hier diese Blockaden, was die Blockaden angeht oder was gleichzeitig auch noch mal eine Herausforderung darstellen könnte. Der Herr ist aber auch gespiegelt auf den Neuanfang. Also auch da sehen wir schon wieder, das Thema ist Neuanfang. Ja, es gibt hier zwischen dir und der anderen Person Wissen, Informationen, Fakten, entweder über eine andere Person oder die grundsätzlich diese Situation erschweren, kompliziert machen und die auch wieder damit zu tun haben, dass hier gefühlt eine Entscheidung getroffen wird beziehungsweise auch vielleicht schon wurde. Also diese Komplikationen waren quasi Teil einer Entscheidung hier. Ihr Lieben, wir sehen, wie gesagt hier, wie geht die Reise weiter? Das ist jetzt hier die Frage, weil du eben im Haus oder beziehungsweise in deinem Haus das Schiffchen ist. Deswegen, ich habe das Gefühl, die Reise geht vorsichtig weiter, ein vorsichtiger Neuanfang. Wie sich das Ganze jetzt in der Tiefe zeigt beziehungsweise um noch ein paar mehr Informationen zu bekommen über die Person in deinem Herzen oder in deinen Gedanken, gehen wir jetzt noch mal mit dem Tarot rein. Und zwar schauen wir uns an, was denkt die Person über dich, was fühlt sich für dich, was sind die Absichten, wie geht es weiter, was sind die Herausforderungen, die Blockade dieser Person. All das klären wir jetzt. In der Erweiterung folge mir also gerne einmal zu Vimeo oder Patreon. Die Links der beiden Plattformen findest du unter diesem Video. Ich starte jetzt mit deiner Erweiterung und freue mich, dich gleich wiederzusehen. Also bis gleich. Mua.